ich bin ich noch mal ich bin ich noch nicht mal nicht noch mal jetpack fracht wie auch immer war mir zu viel wir haben wir gespielt ich weiß wie es geht eine tägliche herausforderung mich irgendwie zwingt den most zu spieler mache ich das aber sonst der gute alte galaktion auf dem spiel war ja wohl reichen ziele sind eigentlich nur irgendwie so lange wie möglich die schlacht hinaus zu zögern weil dann kriege ich meine täglichen dinger ja ich wollte keinen ding spielen ja jetzt mal gewinnen ich wollte kein ding spielen verdammt lasse mich gefällt mal auswählen da ist ein arzt ja man hat es den arzt hat bestimmt noch niemand gemacht habe ich gesagt verstärkung wir haben einen elitagenten im einsatzgebiet das war verdammt es ist so wenn ich ab einfach attacke ist ja schon hierbleiben okay doch nicht wahrscheinlich niemand hier einnehmen zu das eine an mir vorbeigeflogen persönlichen geschütz hier entschärfen jetzt wieder ein sieg sieg aber daran ja danke ist da jemand den schock ich damit jetzt hätte ich gerne ich kann mich nicht bewegen jemand schon wieder nicht verwegen was er hat schon wieder die verwegen auch damit wenn wir jetzt ja komisch anbieten charakter aus star wars raumschiffe sagt ah ich weiß nicht wieso da wir auch immer da drin ist eure augen ja geil ein kopf da euch auch punkte hast du mehr hp ich glaube nicht mal spielen wir mal den danken kumpel dankeschön hat ja ich habe deutlich mehr api warte weh das okay ich gehe jetzt da rein war wenn er hat schon als weggeballert hier von brennen gott v kyle rennen da kann ich doch eins reinpacken 2074 punkte einfällt oder werden ihre bilden gefangen genommen und exekutiert wahrscheinlich damit ich habe gerade genug punkte gott weiß mit was mit dem perater sein gesicht los okay so viel dazu ja aber nicht am stück wenn doch dann war ja nicht am picknick ich will mal leute mit dem dinge schocken komm schon kann ich also immer noch gleiche team der die werde ich so hin und her gemischt oder welchen spiel war noch mal nicht keine ahnung dadurch wenn man in einem team ist das verliert weil dann verliert wahrscheinlich nächstes mal wieder aber und alter sind denn alle schon da alter konnte ich ja gar nicht zwölf auf einmal wir treten den sowas von den lintern der leute dann hat sich der folge ordnet aus nie gesehen in dem spiel ich tue mal so als wüsstig was ich hier mache mussten hat denken dafür geschützt müssen einfach nur das gebiet ja ich bin auch voll auf die leute ich mach dir platz und mit gegner ja sie noch schüsse aus den bäumen verstecken sich die die droge genauer bei der warte mal wie sind die rebellen verwirrt mich immer so weil die offiziere so gleich aussehen da müsste ich ehrlich ich bin an der top priorität priorität obwohl ich bin als zweite platz in unserem team mein hey wo ich warte bis ich wieder ja ich warte bis hier ab raketen dinger die sind irgendwie verschwendungen haben genauso viel api wie anrufs truppler und zwar eine raketenwerfer aber da habe ich lieber hier einsetzen sollen da ich komme gar nicht auf die ecke aber meine augen warum kann ich nicht dafür schon und ich habe doch drei trocken oder 2009 das kann hühnchen genau warum ausgerechnet ich dachte ja wer ist sicher so hat den auch schon mehr p ja ich glaube schon ja das film ich habe ihn beschädigt ich glaube ja meine verdammte läufe ja warte hier frisst hat er hat gebracht die dingen t ah gott böses gesehen noch so ein ding ist da wüsste ich war schon wieder aber wir halten den ort hier das ist gut geröstet haben wir hätten den alten episoden der imperator eigentlich auch als palpettit angesprochen hat der imperator palpettin wird hat irgendwie gesagt reise dann nur imperator weil so habe ich dann irgendwie in erinnerung normale kommen wenn wir alle hühnchen hühnchen ich habe nicht vorbeifliegen gesehen aber wir haben gewonnen da ist das was zählt mit mir will ich in dem team drinbleiben wir machen wir auch dingo juri und frederick wir machen das solange sich das hier ab gegner gestört 24 gestörte gegner haben sich neu erleben alles klar und da will ich jetzt auch noch machen achtinger kann nicht so schwer sein ich nehme hier nur irgendwie was mit zwei nicht sieben oder acht leute hier erst belegt habe kann euch sein hallo vielleicht noch nicht fünf minuten mit links umgelaufen bin ihr also ich muss hat alles auf einmal machen weil das wäre richtig kacke dann werde ich nie schaffen ja nach dem match reicht so war und glaube ich schon diese 40 50 minuten aufgenommen hat solz da muss ich mal gucken was er mit der verdammten hinterm vermitteln muss es die level kommt wo waren die geschützt sind beim letzten markt die welt nicht erreichen können also wer sich bache ich hallo ja wir sind hier im eimer der eine offizier und ich was so scheiße gemacht man verwalt müssen wir hier vertreten hallo ja die müssen die dinge heisen naja ja ja verdammt verdreckt das ist das denn ja ja der macht richtig ha 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 das mache ich ja eigentlich ich könnte mich da irgendwie voll in sicherheit bringen schmark aber man hat haben die tatsächlich ähnliche vor ich irgendwie gehe ich bin sie er ist als schütze glaube ich als scharfschütze spielen sonst komme ich ja gar nicht voran ja genau so haben wir gesagt so eine andere scharfschützen gewähr nehmen aber bringt mir nichts wenn ich irgendwie als scharfschütze kacke bin wir sehen wie er mich abgewandt habe ich auch den seinen kopf abgeknallt aber auch mein gott ehrlich da war ein kacke er will 100 prozent stehen wir nicht da aber wenn jemand ist ja und über vier und nicht bei euch hoch verteilt ihr davon vielleicht könnte mich hinter eben ja genau wie intelligent die sind hinter dem ath oder athema doch immer wie hat den geistet da ihre schweine die seite weil ich bin auch noch weggerollt oder ich wollte jetzt versuchen weg zu aber das hat es nicht so gebracht auf auf und davon wenn ich da drauf so los geht's na na oh god hier ionenstörung geordnet verteidigt den dtm flicks solange er sich erholt keine ahnung meine übernehmen schon sagen sie irgendwie feuer wird seitdem ich irgendwie weiß man rollt so gefühl ich merke ich mein geschütz nicht mag ich meine schocken jetzt ja mein geschütz hat sowieso irgendwie nicht gebracht ich habe nie weit damit gilt wenn ich immer so schnell verricke zeigt mein geschütz auch automatisch naja hat sich so gemacht und die gegner mhm ach komm schon warum krieg ich ja nix wenn er mich in der karte sehen würde ich kann es den nahe und also spiele da bin ich richtig gut geworden war online das ist wieder vollkommen einmal alles james bond ich kann mal ein ding steuern wir haben noch nie gespielt ich freue mich ja wechseln ich will da rein die alle putraut für meinen beitrag zu dieser armee echt klasse alles weiter kommando gemacht habe geht jetzt gar nicht weiter mann wenn diese dinge gebaut man der schlag kommt doch ein bisschen länger dauern als gedacht jetzt nicht rein jetzt auch nicht überhaupt sicher wir müssen auch nicht wie man fliegt oder fährt es war ich glaube wir haben gleich hier ging erreicht zwischen schon ab aber so ich dachte ja mann ja da ist auch jemand noch mal okay kuckuck ist johnny da gehe ich nicht hin was war hat ich habe da glaube ich fast mal gesehen ich habe fast mal gehört dann folge ich da war oder auch nicht jemand hat mich gesehen ja dann gehen wir mal da lang finde mal gut wie irgendwie nur die hälfte schlacht immer irgendwie damit zu tun hat irgendwie herausfinden muss was ich machen muss eigentlich anstatt irgendwie schlacht und hier zu machen andere leute hier hat spiel jetzt irgendwie auf youtube spielen ja auch kennen wahrscheinlich schon alle in und aus und so und vor den quality content hier hochladen und ich muss erst mal gucken wie ich überlebe da steht man da auch noch ein geil wir sind etwas getötet wenn es kein mensch war erleben aber warum hätte ich schon wieder als er sagte weil mir stand einer irgendeine grundschaffige trotzdem vielleicht werde ich auch irgendwie in zwei teile hier schneiden ich glaube das match wird ein bisschen lange dauern nämlich das ist hier los geht bei uns und seine leidenden jetzt gehe ich noch nicht dahin also ok immer ein feuer hier warte meine augen meine augen und die verkackten gegner hatte ich komme ich jetzt sein ist das so geschafft welche zu töten geil großartiger angriff danke ich auch möchte gerne ok weil lokomotikale hatte macht schon gedacht ich kann der schlacht nicht beiträgen die schlacht will mich nicht er fragt mich dadurch ja ich sehe schaden okay wir gehen wollen was dann wollte ich wieder hier in die masse rein werfe obwohl vorhin das funktioniert mein gott um was geht ja ich bin auch flammen oder was geht muss man darüber ja ich trage irgendwie gar nichts mehr schlacht bei der gefühl das reicht man knackt mich dann ab jetzt kacke wenn wir eine tasse irgendwie die nur von nahen irgendwie mal ausrichten kann ist das warte mal ja 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 guck mal wie viele punkte ich krieg dafür ich komme einfach rein macht was kaputt und dann habe ich wieder ab der war jetzt wurde mein gott ich habe irgendwie 1200 punkte oder irgendwie sort bekommen wir sind ja immer noch da ist eine andere hallo mal genau da hinten ist die da kann man noch mal spielen alle haben gesehen wie viele da wollen wir waren müssen wir woanders da lang manchmal gute die eine aktion gerade muss ja auch mal irgendwie was bedeutendes machen in der schlacht wir machen die tür zu du bist mein feuer blocken so machst du es ist natürlich auch noch mehr gibt es da nicht man gerade von giftswerk spricht kommt der nächste das andere werde ich erreichen da teil alle einheiten angriff auf den letzten generatoren oh gott warte was passiert was passiert man sieg ok ok was weiß ich mit ausgrund der berg gedick gebrochen oder was das war 20 soldaten die machen von unterschied jetzt gut und günstig ok sehr gut gefallen aber wie war noch länger als fünf minuten wenn ich auf den arm nehmen weiß ich nicht was das spiel hatte ich glaube ich kann mir ein paar kisten jetzt kaufende was für eine kiste holen wenn ich überhaupt genug geld hat für eine helden kisten helden kisten kosten auf 2000 irgendwas wenn ich mir glaube ich jetzt leisten ich würde sagen wir holen uns einmal eine helden und eine truppler kiste gute idee ne ob das bringt noch grünes zeug da hatte man es ganz rechts da nicht mal credits oder irgendwie sort da 100 600 zurückbekommen alles geil 900 besser der raketen werfen das ist zum beispiel war fertig wer hat eine kürzere zeit maximal gesundheit ich wollte gerade noch fragen in den truppler kisten in truppler kisten auch spezialeinheiten drin oder nicht da kommt man mal eben kiste 2 200 jetzt einfach damit ist wieder kiste gekauft oder wenn er ist aber eben auch wieder der fehler irgendwie der hat was gäbe ist hier aber mal schnell die sonderzeiten ok im moment noch nicht wichtig ich habe melden kiste gekauft okay keine ahnung dann bin ich ein paar tier oder was ich in zwei geteilt habe wenn ich den zweiten part hier mal gucken wir hat beim nächsten mal weiter geht dann sehen wir uns in der nächsten fall wieder bis denn tschüss hier wir hier wir hier jetzt hier